Viele Menschen sind kaputt gemacht worden in diesen Gefängnissen, in ihrer Opposition, nicht nur in ihren Urteilen, sondern einfach in der Wahrnehmung dessen, was da war. Die sind einfach nicht mehr in der Lage zu sagen, das war auch ein schönes Land. Wir waren fröhlich, wir waren glücklich, wir haben gelacht, wir haben über Honecker und Konsorten lachen können. Die konnten über uns nicht lachen, aber wir konnten über die lachen. So haben wir doch hier gelebt. So war das doch. Wir sind doch nicht nur wie Trauerklöße durch die Gegend gelaufen. Wir haben wunderbar gelebt in dieser DDR. Natürlich nur in der Nische, die wir uns geschaffen haben und nur so weit, wie wir in der Wahrheit und in der Offenheit sein konnten. Und das ist bei vielen Menschen so zerschlagen und zerstört worden durch den Knast, dass sie das nicht mehr sehen können. Die sind im Grunde abgeschnitten von ihren eigenen Hoffnungen, die sie mal als junge Menschen hatten. Und das finde ich, wenn man Menschen so verkrüppelt, seelisch so verkrüppelt, dass sie nicht mehr sehen können, dass es in ihrer Kindheit und in ihrer Jugend einen blauen Himmel gegeben hat, der Gott sei Dank jetzt wieder über diesem ganzen Land ganz ist, aber dass es eben fröhliche Hoffnungen gegeben hat. Und immer auch das Ende aller Traurigkeit und aller Trübsal. Schon damals, wenn man Menschen eben so kaputt macht, dann sagt das ja viel mehr aus über so ein System und so einen Staat als alles andere.